Die Waldbrände in weiten Teilen Kanadas wüten weiter. Mehr als 2 Mio. Hektar Land sind betroffen. Viele Feuer sind außer Kontrolle. Luftaufnahmen aus British Columbia an der Westküste zeigen das verheerende Ausmaß. Auch im Osten des Landes gibt es zahlreiche Brände. Der Rauch der Feuer ist über die US-Ostküste inzwischen bis in den Süden der Staaten gezogen und hüllt auch Städte wie Nashville in Tennessee ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017